Und schau, da ist einer mit dem Moped unterwegs. Aha, bei dem explodieren Steine, wenn er drüber fährt. Oh, explosiv. Ja, genau. Ist überhaupt jemand drin da unten? Ah, du bist direkt vor allem in die Luft geflogen gerade. Ja, weil das geschützt da... Junge, wieso... Irgendwo werde ich die ganze Zeit truffen, ich weiß aber nicht wovon. Jetzt ist es offen. Ah, vorbei, gecharged. Ob ich schüttel? Vielleicht dort. Nein! Ich hab stehen. Ein Panzer-Sniper da. Da liegen zwei Leute hier. Ja, die wollte ich ja gerade hin. Ja, einen habe ich davon. Ja, jetzt meine ich das Luftschiff rein. Hat das Luftschiff nicht vorher so Bomben immer gehabt? Ja, warum? Ja. Oh, und wo huckelt du hin? Hinten? Na klar, schön. Ich meine mir ja noch gar nicht umgeben, wenn das Luftschiff hat bloß ein 1 oder 10. Hm. Ich wollte mit allem draufschießen. Ja, die Flugzeug. Ich hab hier auch die dicken Haubitzen unten. Ja, hier nix, einen habe ich mal. Ja, jetzt könnten wir mal raus vielleicht. Wollen wir denn? Kommt's auf geht aus oder wie? Ja, bin ich. Das gibt's doch nicht. Jetzt sagt's nicht einmal die Verbündeten mehr auf der Karte. Auf der Minimap. Schon am Boden hochkommen? Ja. Komm mal gesponnen. Äh, ja. So. Der hat ihm schon brutal geholfen, die der Behemoth. Ja? Das Luftschiff. Ach so. Ja, wir konnten da sparen. Ja, ja. Trinkt's bei euch oder was tut denn da so lauf bei dir? Oh. Oh. Muss ich fitzen zu machen. Ein, drei. Also Regen oder wie? Bin wir denn da? Ja gut, dass du das gehört hast. Und nicht oder was? Nicht so wirklich, ne. Wir sind ganz weit hinten, falls du das machst. Ja, aber die sind bei B schon wieder am ziehen. Ah. Die sind unten bei B drin. Die ziehen's uns ja auch vor der Fresse. Ja, ich weiß nicht. Hier sind sechs, sieben Leute, ne. Checken das einfach nicht. Ey, das kann nicht sein. Ey, der Kerl ist ja tot. Wie können wir den umbringen? Ach so, ist das Flugzeug auf mich drauf? Schon vielleicht. Ja, haha. Wer der Flugzeug an Road killed macht. Kaputten ist? Ja. Ach so. Ich hab gemeint, so ein Quatsch. Warten. Mal mit dem... Bis die sich alles da wegziehen lassen. Oh, kommt da viel Berg runter. Runter? Ja. Ja, von hier oben. Also von oben. Nach unten. Was denn? Nix. Alles gut. Ach komm, liegt einer in die Büsche drinnen, oder? Die Pisssau. Die Pisssau? Ja. Hast du dich grad selber zensiert? Ne, wieso Pisssau? Das Piss kam nicht an. Da kam nur an die Sau. Deswegen. Meine Güte. Niederlage. Ratso, ne? Ja.